Willkommen im Stadtmuseum Eindeck, ich bin Imke Weichert. Wir bewerben uns für den Da Vinci Code mit dem Thema Verpackungen. Verpackungen begleiten den Menschen durch seine gesamte Kulturgeschichte und sind mitnichten eine problembeladene Erfindung der Neuzeit. Die Plastiktüte des Steinzeitmenschen ist die Wirkenrinde, die des mittelalterlichen Menschen, der Lederbeutel oder Thun. Auch dieses älteste erheilende Bierfass Deutschlands von 1440 ist eine gewitzte Verpackung für das Markenprodukt Einwecker Bier. In einem ausgeklügelten Mehrwegsystem wurde es in weite Teile Europas exportiert und Monate später wieder nach Einweck zurückgeholt. In der Industrialisierung mutierte die Verpackung vom Produkt zum Werbeträger. Der Schwerpunkt unserer kleinen Sammlung liegt auch auf dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Genau genommen ist ja auch Bekleidung eine Verpackung, die Aufschluss über den Status, Beruf oder Geschlecht gibt. Dieses spätgotische Patrizia-Haus ist womöglich auch eine Verpackung für dieses Museum. Es lohnt sich also, das weite Thema unter die Lupe zu nehmen.